so endlich geht es weiter mit pokémon strahlender diamant und wir sind auf gut 125 mittlerweile angekommen und erkunden die heute auf jeden fall mal und schauen mal was hier so alles schönes gibt auf jeden fall trainer ich habe schon um links einen rumlaufen sind und dann schauen wir mal was hier so ein item zu finden ist hier oben ist zumindest 1 und pokémon ich heiße ich muss tatsächlich wieder mal so ein radikal radikal haben wir gar nicht im eintrag wenn ich das auch noch mal sagen pokémon ja wir sind ja schon relativ gut dabei sind ja fast schon am ende viel ist es jetzt auch nicht mehr was wir danach machen weiß ich noch nicht ich überlege gerade ob ich mario kart machen soll mario kart 8 ich muss mal schauen ob ich bock drauf habe aber könnte sein so also auf jeden fall erstmal weiter mit pokémon vielleicht vielleicht mache ich auch rüber den ganz ganz neuen teil die am ende des jahres kommen haben wir sehen und das kann ich über die andere edition heißen sollen wenn wir auf jeden fall machen so ich muss jetzt gucken dass ich mal gerade ein bisschen dass ich jetzt gerade mal topschutz ansätze weil ich brauche gerade keine bilden pokémon hier oben das ist ein fläche kp plus und hier sind einige trader und zwar drei insgesamt wenn die jetzt nicht wieder richtig hinten dreht dann machen wir einen doppelkampf raus ich möchte der natur werden stärken der menschen und pokémon stärker die kürzeste pokémon aussetzen um mit mir zu kämpfen ja war so der plan machen wir pokémon ranger event und die ehren darf nie mit einem zickzack und einem fleckmann auch zwei pokémon die man noch nicht gesehen haben so ich kann mal ich muss mal dicken leise machen sonst glaube ich passt das mit den tonspuren nicht so ich hoffe dass es heute alles wunderbar funktioniert stadtvögel auf zickzack macht es keinen sinn warte machen wir machen es andersrum wir nehmen erstmal das flieger pflücker auf fleckmann und flammenwurf auf jetzt erkunden wir erstmal diese ruten hier und schauen mal was es in dem vulkan überhaupt gibt doch was wichtiges gibt ich habe noch vor allem was es sein könnte und kraftwerk damit 68 und wenn wir das irgendwann durch haben komplett dann holen wir und die arena leiter im rematch ich weiß nicht es gibt wenn man die dann irgendwann durch haben sollten wenn ich das display beenden dann sind wir soweit eigentlich auch durch dann haben wir glaube ich auch alles und dann gucken wir mal was war danach machen wie gesagt ich habe mir vermutlich bocktings gehen und richtig so wird wahrscheinlich packen ne tut es nicht dachte mir jetzt hat vielleicht das hat das vielleicht die robustheit aber es hat es tatsächlich nicht so dann gucken wir mal level 74 mittlerweile für rameidon ich werde es richtig sagen da vorne packen weil dieses pokémon braucht ja ein bisschen volltreffer für kraft als gelobt werden ja klar das ist natürlich auch schon seit ganz kurz seit anfang an mit drin nach dieser scheiße ja nicht sehr gehen da war es natürlich das pokémon ist vom typ psycho das heißt doch alarm muss kriegt auf jeden fall rein und zu verfahren aufwecker ich gucke nur gerade tatsächlich nebenbei ob ich das gibt es gerade nicht sie glaube ich nicht gerade verliebt dass wir uns tatsächlich kennen wie es gibt in den pokémon liga gut dann machen wir den vulkan und dann machen wir die pokémon die die arena leiter die mieters und die kriege auf jeden fall welche und dann sind war eigentlich durch mit diesem display hier in pokémon strahlender diamant leuchten keine brauche ich jetzt nicht unbedingt vielleicht machen wir das irgendwann mal aber jetzt ist es noch nicht die große blut habe ich jetzt so kann immer das mit so gut erledigt mensch bist du stark als erstes hätte ich den preis gekriegt 5.540 so unten ist noch einer ich setze jetzt gerade mal ich wechsle mein team gerade wo aus bewegen weil der xp sei ja immer noch ein bisschen leveln muss nur 363 wenn ich vor dem pokémon tragen mich wohin sie wollen derzeit bin ich ja man kann man denn hier mit dir was hast du denn wo für pokémon du hast auf jeden fall erst mal ein pro renter ok ein bisschen schade sondern punkt man kann wie mit es gibt aber ist es nicht ändern na gut naja kann man schon hin ich habe sie immer ja schon das werden wir ja nicht hier wieder führen also ich glaube ich muss jetzt sehe ich nationaldecks nicht auch noch voll kriegen ich weiß dass es pokémon let's go pikachu gemacht habe da habe ich den pokédex mit voll gemacht aber hier tatsächlich noch nicht schweiz das ist ja auch ziemlich krass aber noch ein weiterer flinklauer daher zwar nur flinklauer um diese hervorge pokémon zu besiegen für zwei eis sie waren die relativ zeitnah down level 64 für rechts plisar und der volk profis besiegt warum muss ich ausgerechnet die duellzone lang so gerade so ein trainer aber das soll ich nehme ich mal die items schreiben und zwar hier an den hyperball der hier oben liegt weiter kommen wir gerade gar nicht gerade ein bisschen verwirrend hier beziehungsweise nicht nur verwirren sondern vor allen dingen auch ein bisschen zum nachdenken gerät das hier an die war wohl mal leiten ach das habe ich nicht an gedacht jetzt oben ist der trainer wie kommen wir uns alte keine sorge ich nehme die trainer noch mit dort sind nämlich auf jeden fall und mit ich musste auch mal neue truppschutz kaufen jetzt möchte ich mir jetzt mal die trainer hier geben wir gehen auf patrouille um sicherzustellen dass eine ordnung hat und wieder kämpfen wir auch so wenn ja ja sonnfang die frage dann fand ich nur boden ich glaube ich jetzt nicht mit typ stahl irgendwas mit drin das ist nur boden aber überlebt es trotzdem trotz volltreffer überlebt es doch okay der sturm und strauchler so dann haben wir das auch weg der ist besiegt vielen dank gut da gucke ich gerade mal das item dafür verwischen ich liebe den trainer mal kurz darum noch mit bis vor ich das jetzt irgendwie noch mal machen muss und dann gehen wir noch mal leitungen suchen meiner kampfstrategie fehlt irgendwas ich bin hergekommen herauszufinden was es ist zack oder zack 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 wahrscheinlich na gut jedenfalls hat er noch ein schlub jedenfalls hat er noch ein schlub da noch nicht ganz aber hör auf damit natürlich die flinklaue triggert jetzt bitte keine paralyse greifen tut's nicht damit ist schlub schon mal geschichte pokémon aus der ersten generation oder ich habe gerade so bisher flashbacks kennt das gute müll tank familien chaos pokémon art gold so silber beziehungsweise silber und gold meiner meinung nach dem sind hier einer der schwersten trainer in der pokémon geschichte und ja genau dieses viech hat sich mit der scheiß weiter aber diesmal haben wir ja was effektives dagegen diesmal macht dieses mit kann keine großen sorgen so jetzt weiß ich was mir fehlt so vernünftige pokémon so gut 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 jetzt brauche ich einen top genesung die glücklichkeit brauchen wir uns nicht weil die haben wir ja schon eingelöst in einer der letzten folgen da gab es nämlich da ist gute takrei dafür jetzt muss ich ganz kurz nochmal zurück weil ich da unten ein item übersehen habe was ich eigentlich mitnehmen will und vielleicht ist das etwas was verbrauchen könnten natürlich wo ist noch ein trainer also ich habe mir gesagt wenn ich habe eine ganz ganz große vermutung was es in dem vulkan gibt aber vielleicht ist auch irgendwas total unwichtig ist ich weiß es halt nicht mehr oder weise überhaupt nicht so weit habe ich glaube ich weiß es ist schon länger her so jetzt auf jeden fall diesen zuschneider also mit euch auf alle fälle nicht wo ein sonderbogen ist es okay ich warte ja auch solche attacken wie zum beispiel energie ball oder so weiter oder erdbeben das wäre ja mal eine coole ich glaube ich habe noch glaube ich so energie ball wäre cool sowas in der richtung für für rechtsbisa daher zum beispiel ja gut und ist dann selber noch ich weiß es nicht gut dann haben wir das auch hier dieses kleine labyrinth sollen wir mit dir ja brauche ich noch bist auf trainingsreise hier ich habe ein frisches getränk für dich jetzt eine flasche tafel was auch okay nur noch mal hin sonst gar nicht was das die quelle des lebens also so kann man geht kann niemand sagen da kann er ihren ursprung kennt stimmt wohl so dann gehen wir hier oben jetzt weiter und da steht eine weitere astrainerin ein pokémon sind von ganz durch trainiert du hast veranstaltung wenn du siehst wie stark sie sind ach es ist ein typ ihrer sie auch ein pokémon erster generation so hagel alarm die frage aus nachsichtung frage da ist natürlich nicht effektiv das weiß ich auch schwer tanzt wo ich erstmal viel fand an angriff der vorteil ist dass ich jetzt noch mal angreifen darf damit bist du geschichte schon mal damit ist das thema auf jeden fall erledigt mit dem schwer tanzt 68 mit italien und magna jen ok magna jen habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich gerechnet da dachte ich mir wirklich an sich nur also ich muss wenn ich ehrlich bin noch nicht so gut ist es jetzt nicht gewesen na gut oh ja einmal tiefgründig ich glaube zu welchen ist wahrscheinlich ein wolf damit ist das thema diesen astrainer hier besiegt und das drehen mit der musik unsere stadt war jetzt auch nicht ich glaube da richtig vor angst gut wenn sie jedenfalls jetzt gucke ich mal was hier unten noch ist hier kommen wir zumindest um das um das gras herum da steht ein trainer ich unternehme weiterreisen auf der suche nach würdigen gegnern aber du bist aber jetzt eine frau ne ja irgendeine art mit party die gab sich mal in pokémon soll silber gold silber und hat gold gold auf der rote in richtung pokémon liege ziemlich am anfang gab es doch auch eine dame die hieß doch glaube ich auch irmgard die glaube ich auch ein party am anfang gab wie ich die unterliege ich da jetzt gerade komplett falsch glaube aber so war es das ich glaube das ist jetzt ein kleines easter egg passt ja gerade so ein bisschen zu den zu ostern ja ganz oft ach du drecksvieh hier war meine attacke jetzt daneben gegangen ist heißt das nicht dass du jetzt unbedingt nochmal nachsetzen musst so setzt man paar heile ein ich bin mit einem scheiß ladungsstoß hast du mir nicht paralysiert jetzt da jetzt hast du es tatsächlich hingekriegt herzhaft lass mich doch in ruhe aber ich glaube so war das ist tatsächlich ich glaube die hatte damals auch ziemlich am anfang an den wartiger juwelkraft juwelkraft ist natürlich ein bisschen fieser die attacke trifft und nicht mehr tut mehr weh ist eine gesteinsattacke vierfach schwäche ja aber bringt ihm nichts weil nicht wirklich der bonus tropius tropius ist vom typ pflanze flug da habe ich auch lange überlegt ob ich das tier ins team nehmen soll aber das kann ich auch nicht so häufig so uns ja gut geht auch glaube ich nur mit dem nationaldex wir können sie mich jetzt glaube ich erst fangen und die lawine zieht das fiege mit du hin vor hier habe ich einen hatten wieder zahl gefunden so gut kommt immer wieder darauf ist mir aufgefallen ist ich habe keine trinke mehr oder habe ich noch trinke ich habe keine trinke mehr als das jetzt gut ich hatte auch der pokémon gegen sind ja habe ich das nicht vergessen das ist ja getränke zu kaufen also tränke überhaupt tränke zu kaufen ich habe nämlich nichts mehr ja wirklich keine top gelesen kein gar nichts mehr gut sind ja wie gesagt ich habe mir auch so einiges gekostet die hat mir ja online die schon auch im ersten fall so extrem viel kraft und nerven gekostet muss ich sagen im zweiten versuch haben wir sie dann ja mit dem glück was in unserem ersten kampf gefehlt hat wie gesagt wäre ihre scheiß fähigkeit nicht gewesen hätten wir sie gehabt und deswegen muss ich ja überhaupt erst noch mal einen zweiten versuch setzen warte mal kommen wir jetzt ja nicht weiter oder mit doch